und wie auch erwartet nicht ganz auf leichtem wege loll also willkommen da bitte schon drei und ich habe noch keinen gekillt ja würde ich ja gerne fast echt wissen wir gerade noch am anfang was macht schief da vorne bitte und der lauf doch nicht einfach so weit voraus ich sag mal schauen was man zusammenbleiben gehört scheint nicht mehr ich meine das habe ich ja ganz gut unter kontrolle hier ja nur von verschiedenen seiten abgeschossen aber das macht uns doch nichts sie können nicht mehr treffen und der daumen gehen danke drum ist die ganze linke er da ist noch jemand da ist jemand anders habe ich glaube nicht da ist jemand und da ist glaube ich der letzte komm raus kam raus aus deinem haus du musst mich verarschen oder was jetzt da und ich glaube nicht oder der geht mir auch auf den ersten er hält mehr aus als die stunden drucken sehr peinlich ich glaube das waren alle rühren tut sich keiner mehr keine ahnung was schürf ist der hat irgendwo verkrochen was weiß ich das ist wahrscheinlich schon losgeflogen das ist wahrscheinlich schon losgeflogen bitte fragt mich nicht keine ahnung wo schürf ist sein schiff ist auch schon auf einmal weg vorher stand es noch da was weiß ich fragt mich nicht ich denke schon ich denke schon ich denke schon wo können wir noch hin gute arbeit die korps erreichen die korps erreichen ok wie läuft es da oben schwer zu sagen aber perfekt ich denke sie haben recht ich spüre es es ist fast vorbei du spürst das bist du ein Jedi es geht auch noch richtig schnell dass man drauf kommt alles voller stern zerstörer what the fuck ok was ist los unser wahn unser was war denn wie sagt man das unser wahnkreuz was in der mitte ist es war noch da das hat eigentlich verraten dass es noch weiter geht die müssen erst an uns vorbei schalten wir sie aus was ausschalten die stern zerstören müssen mich verarschen nein cta ii bomba zerstören die tiee bomba zerstören die tiee bomba zerstören ok gut dann gehe ich mein bestes um die kack bomba zu zerstören du hast schon zwei die man mathematik beherrscht hast du noch nicht gelernt ne bomba beseitigt noch nicht eine weitere stapel ist zu uns unterwegs äh ich bin low wo 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 bomba da ok gut und und den auch noch bitte dann relativ einfach sind eine linie geflogen jetzt zerstören wir die sind nicht ein das sind nicht so einfach wie vorhin wenn wir uns näher kommen äh das war knapp crashen will ich nicht unbedingt und so viele thai jäger und verarscht mich doch nicht ja aber bombo sind wichtiger ist nämlich das ziel zerstör den gut gemacht und den auch noch sehr gut thai staffel ja das ist mir gleich auch schon aufgefallen rakete husk eliminieren wir haben einsatz ziel bitte speicherpunkt husk eliminieren genau ok passt da ist husk unser verräter da soll ich denn bitte ausweichen haben sie mich selbst gefunden oder schickt sie meinen vater das haben wir gut gemacht nein ich will nur wissen wer mich mehr hasst oh ist er ein bomber ne kann doch der hat denkt so viel der ist bestimmt drin weil der bomber so viel denkt ihre angriffe auf bespin und sallist haben ihn schwer getroffen und sie waren bestimmt hoch erfreut kann ich meinem kommandierenden offizier den befehl verweigern nein also können schon aber du wirst es wahrscheinlich nicht machen passt ich wollte nie ihre feinde sein dann hätten sie sich nicht vom imperium abwenden sollen ich musste so handeln tut mir leid ja sie sind eine verräterin sie sind eine verräterin sie sind eine verräterin sie sind eine verräterin du verdienst den tod alter ich meine du hast doch schon wow lol das ist schon richtig schaden willkommen lange brauchst du nicht mehr oder boah boah also der ist halt richtig schnell ne aber der hat halt nicht nur so viel leben uh gleich ist er down oh nice husk komander hören sie mich eiden ist alles ok ich bin ok gut schauen sie sich um es ist fast vorbei noch nicht alles ich bekomme das in sicherheit ich werde das hier beenden ich hole mir meinen vater eiden er ist es nicht wert ich muss es versuchen jetzt los na gut rückzug ok eiden will ihren vater ans genick wie es ausschaut aber bitte keine luft kämpfe mehr davon habe ich jetzt schon genug weil was machst du bitte what the fuck was alter es ist ja wirklich lebenswürde ok ok aber sie hat es überlebt gott sei dank und ist hoffentlich auf den sternenzerstörer seines vaters ihres vaters ich will keine sniper mehr die ist unpassend auf keinen fall wir kommen und holen dich sofort nein das ist ein befehl droide verbindung trennen nein alles klar f1 schockfähigkeiten ja hätte man nichts gegen eine neue waffe gegen eine andere waffe obwohl ich mir das jetzt so anschaue ist die sniper dann doch relativ nützlich und bei einer sniper sieht man die lebensanzeige nicht kann ich treffen auch mal ok wir sind auf den sternenzerstörer viele sturmtruppen sind da und eiden will ihren vater an den kragen das sind ganz viele chat trooper alles sei nicht schwer sein wo die wissen dass ich nur alleine bin kacke ähm gewährst mit treffen auch mal perfekt granate macht uns nicht du bist zu posten für den einnehmen wenn du meinst stirbst ebenfalls du stirbst auch äh das ist eine granate warte mal da ist irgendwo jemand da bin ich mir das ein da ist auf jeden fall jemand nahkampf zu kommen ist nicht die beste idee nur so ein tipp an euch ne das ist brutal ich wäre vorhin schon fast runter gefallen jetzt müsste das nicht nochmal versuchen du bist da und auf dich habe ich kein bock da vorne ist jemand den snipern wir den snipern wir den snipern wir da auch auch okay ich bin dran erreichen so lange kann es ja jetzt nicht mehr dauern das ist eine die wollen wieder das sind wir ein bisschen zu viel wie die wollen wieder hat das sind wir ein bisschen zu verstecken aber kevin er meint er geht down bitte wie soll ich habe doch headshots gegeben du gehst wenigstens gleich da und bist du brav oder das ist aber ein netter sturmdruckler der weiß dass man von headshot wanted to do it jetzt kommen offiziere noch dazu nicht gerade so ganz nice für mich vor allem wenn noch von unterschiedlichen seiten angegriffen wird du bist da und du bist da und du bist da 70 meter noch hoffentlich schaut das nicht aufgeschaut dass so kurz aus wie es ist da fliegt er wieder mit seinem jetpack ne jaja ich weiß dass euer trick ist zu wem sagst du das jetzt wir müssen meins hat er vom schiff bringen bevor es abstürzt wenn du meins hacken bitte hier andere waffe das ist ganz gut oder was ist das ja ich glaube es ist eine andere waffe oder es ist eine kamera sammler objekte gefunden man das brauche ich nicht karriere meilenstein man ich will eine bessere waffe ich kann jetzt irgendwie nicht schießen ich kann entlang gehen ok wir brauchen ihn mal schneller wir müssen ihren vater finden die zeit des imperiums ist gekommen geh nicht mit ihm unter ist das ein rettungsversuch ich lehne dankend ab wir müssen gehen los rex erwartet auch von mir dass ich gehe aber ich gehöre hierher mein leben gehört dem imperium ich habe dafür gekämpft was ist noch davon im bricht du hast meine schwäche erkannt und wurdest nicht davon verschlungen das hat dich stark gemacht deshalb wirst du mich hier zurücklassen du verdienst was besseres nein deshalb gehst du ohne mich von dir weg du verdienst dein leben in frieden geh überlebe lebe er will unsere Hilfe nicht Rettungskapsel ich muss zu der ich muss zu der ich muss zu der kannst du schneller rennen bitte Sturmtruppen sie könnten mich irgendwie zerstören aber wir wollen alle nur Frieden wir wollen nur zu den Rettungskapseln ja der Sternkreuz zerstört es gerade ab ist zerstört grad der komplette Sternzerstörer Er explodiert gerade richtig. Alles geht den Bach über. Und wir erreichen die Rätungskapseln. Jetzt schnell weg. Der Sternzerstörer ist richtig zerschraubt. Aber die Rätungskapsel ist auch nicht gerade die beste.